Das hier ist eine Blutkruste, die ich an meinem linken Ellbogen auf der Oberseite hatte. Das ist die Oberseite und da sieht man schon, was auf der Blutkruste ist. Morgellons sind da eingeschlossen um 22 Uhr. Ganz schön krass, überall sind sie. Ein bisschen die Farbe, also Licht verschlucken, dann kann man besser erkennen was hier Sache ist. Jetzt geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich drehe sie mal um. Die Unterseite. Ich drehe das ein bisschen. Siehe mal, wie schön die gestaltet ist, die Unterseite, also das ist die Innenseite. Ein bisschen so schön geschützt von der Oberseite. Ich drehe das ein bisschen. Farben wie aus der Hölle. Ich mache das ein bisschen heller. Ich drehe das. Ich drehe das ein bisschen. 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 Ich drehe das ein bisschen.